Der 23-jährige Malte Koch ist wegen Mordes angeklagt. Der Hotelfachmann war schon länger hinter seiner attraktiven Arbeitskollegin Anke Pfeiffer her, die unter den Mitarbeitern als leichte Beute galt. Als Anke ihn bat, sie mit auf einen Skitrip zu nehmen, glaubte der Angeklagte, dass sie Sex mit ihm haben wollte. Doch die Auszubildende hatte in der Skihütte nur Augen für seinen Kollegen Nico. Malte Koch wollte aber nicht zurückstecken und wurde zudringlich. Hat der Angeklagte die junge Frau eine Brücke hinuntergestürzt, weil er die Zurückweisung nicht ertragen konnte? Sie heißen Malte Koch, geboren am 13.09.1988 in Berlin. Sie wohnen jetzt in München, Sie sind Ledig, Hotelfachmann und seit dem 9. Januar 2012 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Am 7. Januar 2012 folgte der Angeklagte Anke Pfeiffer, als diese kurz nach 21.30 Uhr die Skihütte seiner Eltern in St. Johann verließ. Obwohl die junge Frau dem Angeklagten klar zu verstehen gegeben hatte, dass sie nichts von ihm wollte, bedrängte er sie in einer nahegelegenen Scheune erneut. Anke Pfeiffer wehrte sich jedoch, gab ihm eine Ohrfeige und kratzte ihn am Hals. Der Angeklagte ließ zwar von ihr ab, er war jedoch so wütend über diese erneute Zurückweisung, dass er ihr unbemerkt zu einer kleinen Brücke folgte. Als die junge Frau sich dort arglos über die Brüstung beugte, schlich er sich von hinten an sie heran, packte sie an den Beinen und kippte sie nach vorne in die Tiefe. Wie vom Angeklagten kaufgenommen, erlitt Anke Pfeiffer bei dem Aufprall aus drei Metern Höhe eine Fraktur des ersten und zweiten Halswirbels, wodurch das verlängerte Rückenmark durchtrennt wurde und sie innerhalb kürzester Zeit verstarb. Der Angeklagte wird somit des Mordes in Tatmehrheit mit versuchter sexueller Nötigung beschuldigt. Strafbar gemäß Paragrafen 177 Absatz 1. Herr Koch, ist es Ihre freie Entscheidung, ob Sie sich dazu äußern wollen? Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, natürlich. Ich habe Sie nicht genötigt und ich habe Sie erst recht nicht umgebracht. Es ging Ihnen gut, als Sie zur Schüte zurückgegangen sind. Das sind höchstens 300 Meter. Ich war ganz kurz pinkeln und dann, ich habe keine Ahnung, was dann passiert ist. Das wissen Sie doch ganz genau. Und alle Indizien sprechen gegen Sie. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie der Letzte waren, der Anke Pfeiffer lebend gesehen hat. Ja, natürlich war ich Letzte, aber ich war mit Sicherheit nicht der Letzte, der Sie gesehen hat. Ich gebe zu, ich habe es bei ihr versucht und sie hat mir auch eine geknallt. Aber deswegen bringe ich Sie doch nicht gleich um. Da muss irgendjemand anders gewesen sein, der es gemacht hat. Ich war es nicht. Ja, haben Sie irgendjemand anderen gesehen, nachdem Sie die Skihütte verlassen hatten? Nein, es war niemand da. Aber es muss jemand da gewesen sein. Sie ist ja alleine zurückgegangen zur Hütte. So weit ist sie doch gar nicht mehr gekommen. Denn zu diesem Zeitpunkt hat Anke Pfeiffer doch gar nicht mehr gelebt und das wissen Sie. Ach, wer soll ich das denn wissen? Das ist doch totaler Quatsch. Ich habe Sie nicht umgebracht. Vielleicht sollten Sie erst mal noch nach Spuren suchen oder ähnliches, um zu schauen, dass Sie nicht irgendwas vergessen haben. Ich habe es nicht getan. Da wir das bereits gemacht haben, ist das nicht nötig. Herr Koch, welches Verhältnis hatten Sie denn eigentlich zu Anke Pfeiffer? Ach, Anke war mir eigentlich egal. Wir haben, klar, wir haben zusammen gearbeitet, keine Frage. Und es war auch ein hübsches Mädchen, aber deswegen bringe ich Sie nicht um. Ich habe es mir hier einfach versucht. Also laut Aussage der anderen Teilnehmer, da haben Sie die Anke Pfeiffer ja gegen den Willen der übrigen Teilnehmer da mit auf die Hütte gebracht. Ja, ich habe sie mitgenommen, keine Frage. Wie gesagt, ich habe es bei ihr versucht, weil ich sie wirklich hübsch fand. Sie muss mitbekommen haben, dass wir am Freitag über den Skiurlaub gesprochen haben, über das Wochenende. Und bestimmt keine zehn Minuten später kam sie direkt zu mir und hat mich angepflegt und gesagt, komm doch bitte mit und kann ich mitkommen? Und ich dachte, es geht um mich. Sie hat schöne Augen gemacht und es geht nur um dich und ich will nur um dir mitkommen. Ja, gut, im Nachhinein habe ich gewusst, dass es um Nico geht. Das war mir vorher nicht gewusst. Also gut, lassen Sie uns mal das ganze Wochenende rekonstruieren. Sie sind also mit Ihrer Kollegin gemeinsam da am Freitagabend hingefahren. Ja. Ja, und wie lief dann das Wochenende ab? Ja, also es war ziemlich spät schon. Wir sind ziemlich spät angekommen und waren auch alle sehr müde. Und wir sind halt alle schlafen gegangen. Also getrennt schlafen war natürlich. Und ja, ich weiß nicht, am nächsten Tag war so ein scheiß Wetter. Wir konnten überhaupt nicht auf die Piste. Also es war gar keine Möglichkeit, irgendwie rauszugehen. Und dann haben wir den Tag in der Schürte verbracht. Und ja, es war halt, ich habe mich versucht, an sie ranzumachen. Keine Frage, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und also abends auf jeden Fall hat dann Anke und Verena, haben sich mächtig in den Haaren gehabt. Und ja, Anke ist dann halt heulend rausgerannt und ich habe sie halt versucht zu trösten dann halt. Ach so, nennen Sie das. Ja, natürlich, ich habe sie versucht zu trösten, Mensch. Ich weiß nicht, was Sie hier denken. Draußen, sind Sie deswegen raus? Ja, wir sind deswegen raus. Ich bin hinterher gelaufen. Und es war halt draußen ziemlich kalt. Es ist ja Winter. Und wir sind runter zur Scheune, die ist ungefähr 300 Meter ungefähr weg. Also ich weiß, dass es 300 Meter sind, weil mein Vater halt die Scheune gehört. Tja, und in der Scheune sind Sie dann über die junge Frau hergefahren? Nein, bin ich nicht. Ach so, und wieso haben wir dann bitte schön unter Anke Pfeifers Fingernägeln Hautpartikel von Ihnen gefunden, die genau zu den Kratzspuren an Ihrem Hals gepasst haben, die Sie an diesem Abend hatten. Das spricht doch ganz eindeutig dafür, dass die junge Frau sich in einer Zwangssituation befunden hat, in der sie sich nur noch mit Gewalt wehren konnte. Und zwar gegen Ihre Zudringlichkeiten. Ich habe sie versucht zu küssen. Ich habe sie wirklich versucht zu küssen. Und ich dachte mir, na gut, wenn ich dranbleibe, dann will sie vielleicht. Und sie wollte nicht. Sie hat mich weggeschubst und hat mir, naja, hat mir eher den Korb gegeben. Und ich bin dran geblieben und dachte, na gut, ich gebe alles, versuche es nochmal. Und habe sie nochmal geküsst und habe ihr dabei einen Arsch gepackt. Und dann hat sie mich weggeschubst und hat mir einen verpasst. Ich habe, sie hätte so lange gelegen, ich habe zwar geblutet am Hals. So harmlos war das sicher nicht. Doch, es war so harmlos. Ich habe es doch verstanden. Mensch, sie hat mich weggeschubst und es war eine eindrückliche Geste. Was soll ich denn da machen? Sie ist dann ganz normal alleine zurück zur Schüte. Natürlich sauer und... Und sie? Sehr wütend, aber sie ist dann zurück in Lagen geblieben. Ich war halt noch kurz winkelt und bin dann auch zurück. Wollen Sie ernsthaft behaupten, dass Sie diese Demütigung einfach so weggesteckt haben? Und anschließend dann einfach wieder zur Hütte zurückgegangen sind, so als wäre gar nichts gewesen? Natürlich. Geht's doch? Ich bringe noch keine Frau um, nur weil sie nicht mit mir schläft. Ey, wo sind wir denn hier? Ich bin ganz normal zur Schüte zurück und wo... Also als Angegen ich da war, dann war ich doch selbst total geschockt. Haben Sie dann sofort nach ihr gesucht oder wenigstens den anderen erzählt, was vorgefallen war? Mir war es natürlich auch sehr peinlich. Es war natürlich keine gute Aktion. Es war natürlich auch eine peinliche Sache für mich in der Schüte. Und sie war halt, naja, gegen Viertel vor elf war sie, glaube ich, immer noch nicht da. Und dann habe ich den anderen Bescheid gesagt. Denken Sie, ich sage Sabine und Nico und Verena Bescheid, wo sie ist, wenn ich sie umgebracht habe? Das ist totaler Quatsch, macht doch gar keinen Sinn. Gehen Sie doch gerade mal da an die Tafel, wir haben da ja eine Karte. Ja. Zeigen Sie uns doch mal an der Karte erstens mal, welchen Weg Sie Richtung Scheune genommen haben, dann wo Sie sich von ihr getrennt haben, wo Sie beim Pinkeln waren, welchen Rückweg Sie genommen haben und wer dann später welches Gebiet abgesucht hat. Also der blaue Punkt hier, das ist die Skihütte. Und wir sind dann von der Skihütte, sind Anke und ich ganz normal zu dieser Scheune gelaufen. Und hier an der Scheune haben wir uns dann gestritten und sie hat einfach diesen Weg wieder zurückgegangen, ganz normal zwischen den beiden Punkten. Und ich war halt dann auch ganz normal, ja, Pinkeln. Und hier hinten am Fluss, das wurde sie ja später gefunden, deswegen, ich kann es mir absolut nicht erklären. Ja, demnach müsste eigentlich die Anke auf halbem Weg irgendwo wieder umgedreht haben. Sie hätte mir hingehen kommen müssen, ich kann es einfach nicht erklären. Sie hätte genau gleich den Weg zurückgehen müssen und hätte mir hingehen kommen müssen. Und genau das ist doch der springende Punkt. Nachdem Sie versucht hatten, die junge alkoholisierte Frau zu nötigen, ist diese nicht etwa bergauf zur Hütte geflohen, so wie Sie das behaupten, sondern sie ist bergab geflohen Richtung Brücke. Nein, nein, ich habe sie doch gesehen, sie ist nach Tagen, sie ist zur Hütte gegangen. Sie hat doch sogar noch auf ihrem Weg zu der Brücke mit ihrer Mutter telefoniert, um 21.40 Uhr, um genau zu sein. Und da hat sie erzählt, was mit Ihnen gerade eben passiert war und dass sie Angst hatte, dass Sie ihr folgen würden. Es kann ja sein, dass sie mit dir telefoniert hat, was weiß ich. Aber ich bin ihr nicht gefolgt, definitiv nicht. Ja, dann versuchen wir es doch jetzt mal ein bisschen anders. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie, nachdem Sie von Anke Pfeiffer abgewiesen worden sind, noch kurz beim Pinkeln waren und anschließend dann die 300 Meter wieder zur Hütte gegangen sind. Ja, bin ich. Dort sind Sie aber erst um 22 Uhr angekommen. Wollen Sie mir jetzt allen Ernstes erzählen, dass Sie 20 Minuten zum Wasserlassen gebraucht haben? Ja, ich saß halt noch in der Scheune. Ich habe ein bisschen nachgedacht über die Situation gerade eben. Nachgedacht? Das haben Sie uns aber vorhin ganz anders erzählt. Sie sind doch Ihrer jungen Kollegin hier gefolgt und auf der Höhe der Brücke haben Sie sie eingeholt. Und als Sie völlig ahnungslos über das Geländer gebeugt stand, sind Sie doch von hinten an sie herangeschlichen, haben blitzschnell Ihre Beine gepackt und Sie über das Geländer in die Brücke, äh, in die Tiefe gestürzt. Nein, das können Sie mir nicht aneignen, definitiv nicht. Es war nicht so. Das hängen Sie mir bestimmt nicht an. Ich war genauso geschockt, als ich zurückgekommen bin. Und ich weiß genauso wenig, was ist mit Anke wie mit den anderen Personen. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es alle nicht. Wo haben Sie und Ihre Freunde denn nach Anke Pfeiffer gesucht? Ja, also wir haben uns halt aufgeteilt und Nico und Herr Sabine sind halt hier am Wald gucken gegangen und Verena hat halt die Straße genommen nach unten und ich habe halt hier links ist noch so einen Weg oder beziehungsweise neben dem Wald ist noch so einen Weg, den ich abgesucht habe, dass man von allen Seiten gucken kann, wo sie ist. Verena Jentsch ist also genau bei Ihrer Suche die Strecke abgelaufen, die sie unweigerlich zur Brücke und zum Tatort führte, richtig? Genau, die hat er langgeben müssen. Herr Vorländer, worauf wollen Sie hinaus? Ich will darauf hinaus, dass ich davon ausgehe, dass Anke Pfeiffer noch gelebt hat, als ihre Arbeitskollegen mit der Suche angefangen haben. Irgendwann auf dem Weg zur Hütte zurück hat sie wohl beschlossen, dass sie nicht dorthin zurück möchte. Vielleicht unter Umständen, weil sie meinen Mandanten nicht über den Weg laufen wollte. Vielleicht aber auch, weil sie immer noch sauer war auf Verena Jentsch. Wegen der hatte sie die Hütte ja verlassen, Frau Schrank. Sie wusste von Verena Jentsch, dass die einen unglaublichen Hass auf sie hatte, weil sie sozusagen daran schuld war, dass diese Frau Jentsch ihren Ausbildungsplatz im Hotel verloren hatte. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt als nächstes kommt. Sie wollen Verena Jentsch als Täterin ins Spiel bringen, oder? Es gibt aber überhaupt keine Spuren, die diese junge Frau irgendwie in Verbindung mit dem Tatgeschehen bringen. Ja, also, dass es Verena war, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, das wäre einfach zu krass, wenn die sowas machen würde. Ja, aber trotzdem ist es doch höchst seltsam, dass sie das Opfer bei ihrer Suche übersehen haben möchte. Nein, Frau Schrank, ich gehe davon aus, dass sie ihre ehemalige Arbeitskollegin da auf der Brücke lebend antraf, dass es wiederum zum Streit zwischen den beiden Frauen kam und infolgedessen das Opfer dann über das Brückengeländer gestürzt ist. Ja, und was führt sie zu dieser Annahme? Das wäre auch... Sollten Sie mal drüber nachdenken. Nee, das kann ich mir nachdenken. Vielleicht können Sie mir erklären. Nein, also Verena und Anke, klar haben die sich nicht gemocht. Und Verena war auch nicht immer sehr gut zu sprechen auf Anke, aber dass sie sich umbringt, das wäre... Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, das wäre einfach zu heftig. Sollte ich mal beruhigen jetzt. Ja, kriegen wir schon hin. Wenn er sich nicht gleich hinsetzt. Ja, dann... Nico, kannst du mal bitte hierher kommen? Du machst mich ganz wahnsinnig. Mensch, Verena, wir müssen Malte irgendwie rausholen, ey. Das ist... Ich meine, er hat doch nichts gemacht. Weißt du es? Warst du dabei, als die unterwegs waren? Ich meine mal ganz ehrlich, warum hat er die blöde Kuh überhaupt mitgenommen? Er denkt echt nur mit seinem Spannsäckchen. Mann, Malte ist unser Freund, ja? Wir können doch nicht einfach so hängen lassen, okay? Ganz ehrlich, wir müssen einfach irgendwie da rausboxen, ja? Sabine, du auch. Jetzt hört auf, ich... Ich weiß ja überhaupt nicht, was ich da dringlich sagen soll. Anke ist tot, okay? Irgendjemand hat sie umgebracht und ihr streitet euch wegen Malte. Ja. Scheiße, ja, du hast ja recht. Lass mir leiden. Sorry. Ich muss immer wieder an Anke denken, wie sie da lagen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich weiß ja, dass sie ein Miststück war, aber sie war auch unsere Kollegin. Und irgendjemand hat sie da umgebracht und wer weiß, was mit ihr auf der Brücke passiert ist. Und was, wenn es einen von uns getroffen hätte. Ja, aber genau deswegen darf Malte doch nicht unschuldig ins Gefängnis. Also, ich meine, bitte, der ist doch kein Killer. Ganz ehrlich, wenn Malte mir sagt, dass der Anke dich umgebracht hat, dann glaube ich ihm das auch, ja? Und ihr beiden, ihr solltet das auch tun, echt? Ah, Nico, komm jetzt einfach mal bitte ein bisschen runter. Sabine, geht's echt mies. Wir müssen nur zusammenhalten, dann holen wir Malte da auch raus, okay? Ja, ja, okay, wird schon, wird schon. Oh Gott. Nicht hinschauen, da kommt jemand davon erinnern. Die Stadt ist aber direkt an. Wahrscheinlich hasst sie uns. Du musst bloß nicht die Nerven verlieren, okay? Romy Pfeiffer, bitte. Oh Gott. Guten Tag, Frau Pfeiffer. Guten Tag. Ich lasse dir Platz. Musst du zuerst belehren, dass sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen, und wer was Weißes sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Romy Pfeiffer, 47 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, Tierärztin, verwandt oder verschwägert, sind Sie nicht mit dem Angeklagten. Ich weiß, dass es alles heute sehr schwer für Sie ist. Zunächst einmal unser allerherzliches Beileid. Danke. Jetzt haben Sie am 7. Januar zweimal mit Ihrer Tochter telefoniert. Ja, also Anke hat, Entschuldigung, es fällt mir noch so schwer. Ja gut, lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich absolut Zeit. Es ist so grausam, wenn man als Mutter sein eigenes Kind beerdigen muss. Und ich verstehe es immer noch nicht. Warum? Es war Ihre Kollegin. Sie haben sie so gut gekannt. Sie müssen mir glauben, ich habe sie wirklich nicht. Also jetzt nochmal laut Einzelverbindungsnachweis, haben Sie also an diesem 7. Januar zweimal mit Ihrer Tochter telefoniert. Das erste Gespräch hat stattgefunden um 16.20 Uhr. Was haben Sie denn da genau mit ihr besprochen? Ja, also da hat sie angerufen und erzählt, dass sie an dem Tag nicht Ski laufen gehen konnte, wegen des Wetters. Und ist wohl mit den anderen allen auf der Hütte geblieben. Ja. Fand das aber dann doch nicht so schlimm, weil wohl der Arbeitskollege dieser Nico auch mit in der Hütte war. Und ja, den fand sie wohl ganz nett. Was hat sie denn genau über diesen Nico anders erzählt? Also, dass der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Ja, und dass sie sich deswegen so Hoffnungen machte und ganz gern mit ihm zusammengekommen wäre. Ja, aber das hat Ihnen ja nicht gepasst. Bei allem Respekt, wirklich bei allem Respekt. Sie hat mich auch verarscht. Mensch, in diesem Zeitpunkt bin ich stark davon ausgegangen, dass sie nur wegen mir mit zur Schürte will oder mit dem Urlaub. Ich kann es auch nicht erklären. Ich konnte es in diesem Zeitpunkt auch absolut nicht wissen, dass es nur wegen Nico ist. Das hat Ihnen noch lange kein Recht gegeben, sie einfach anzugrapschen. Hat Ihre Tochter da bereits geäußert, dass der Angeklagte versucht hatte, sich ihr zu nähern? Nein, das war dann erst in dem zweiten Telefonat. Das war dann ja auch kurz vorher, bevor sie dann verunglückt ist oder was auch immer. Also, das zweite Telefonat, das fand um 21.40 Uhr statt. Ich weiß, es wird wahrscheinlich jetzt immer schwerer für Sie, aber versuchen Sie bitte, das zu erzählen. Es ist für uns sehr, sehr wichtig, was Sie da gesprochen haben. Okay, also, sie war sehr betrunken und völlig außer sich. Deswegen habe ich sie auch am Anfang gar nicht verstanden, und habe gar nicht verstanden, was überhaupt passiert ist. Aber, ja, dieser Malte, der hat sie wohl in irgendeine Scheune gelotst und ist dann wohl extrem zudringlich geworden. Hat sie Ihnen denn diese Zudringlichkeiten näher geschildert? Nein, nicht direkt. Sie hat mir nur gesagt, also, sie musste ihm wirklich richtig einer scheuern, damit er von ihr loslässt. Und, ja, und sie hatte panische Angst, dass er jetzt hinter ihr her ist. Vorbei war, hat Ihre Tochter Ihnen gegenüber noch was gesagt? Nein, nur, dass sie halt eigentlich gar nicht wusste, wo sie ist. Und sie wollte auf keinen Fall zurück zur Hütte, wegen diesem Malte. Sie hatte ja Angst vor ihm. Ich habe ihr dann geraten, sie möge doch der Straße folgen und dann in den nächsten Ort und sich da halt, ja, einen Gasthof, ein Zimmer nehmen oder in der Pension. Ja, das hat sie mir dann auch versprochen und hat mir noch eine gute Nacht gewünscht. Ja, und da ist aber nicht angekommen. Hat Ihre Tochter Ihnen eigentlich mal von Ihrer Kollegin Verena Jentsch erzählt? Ja, das ist, die war auch mit auf der Hütte. Und das ist doch die, die im Hotel entlassen wurde, weil sie den Portemonnaie geklaut hatte von einem Gast. Das war doch so, dass das Hotel kurz vor einer Klage stand. Und dann, aber was hat denn das mit dem Tod meiner Tochter zu tun? Laut Aussage meines Mandanten war Verena Jentsch davon überzeugt, dass Ihre Tochter sie reingelegt hatte. Sie ging davon aus, dass Ihre Tochter es war, die dieses Portemonnaie in Wahrheit entwendet und dann der Frau Jentsch untergeschoben hat, als die beiden durchsucht wurden. Das ist ja wohl die Höhe, ja. Gut, meine arme Tochter kann sich natürlich jetzt nicht wehren, aber diese Frau lügt. Meine Tochter hatte ein super Verhältnis zu ihren Kollegen. Also, die Verena Jentsch werden wir jetzt direkt selbst dazu befragen. Das kannst du ihr natürlich vorhalten. Gibt es noch Fragen an die Mutter? Sonst keine Fragen. Dankeschön. Verena Jentsch, bitteschön. Sie bleiben unvereidigt, dürfen hinten Platz nehmen. Guten Tag, Frau Jentsch. Danke. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Ich muss überlegen, dass er als Zeugin hier die Wahrheit sagen muss. Wer etwas Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorge, 55, StPO, belehrt Sie auch. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Verena Jentsch, 21 Jahre alt. Sie wohnen in München und Sie sind ledig. Sie hatten ja eine Ausbildungsstelle zur Hotelfachfrau. Da sind selber gekündigt worden. Sie sind entlassen worden. Ja. Verwandt, Verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie waren an dem Wochenende vom 7. auf den 8. Januar auch mit auf dieser Schuhütte da in St. Johann, Tirol. Mit Kollegen, ehemaligen Kollegen. Genau. Ich bin ja jetzt leider arbeitslos. Wir sind zusammen da in der Hütte gewesen. Ich muss sagen, wir haben zusammen im Hotel gearbeitet. Wir sind aber auch sehr gute Freunde. Aufgrund dessen weiß ich, dass Malte das nicht gewesen sein kann. Da muss irgendwer anders gewesen sein in den Bergen, der da Anke überfallen hat, als sie da alleine rumgelaufen ist. Ich kann es mir nicht erklären. Haben Sie im Verlauf des Abends irgendjemanden, irgendeinen Fremden in der Nähe der Skihütte oder irgendetwas vorgesehen? Nein. Also wegen des schlechten Wetters waren wir ja auch kaum draußen. Wir haben drinnen gefeiert. Das war ja quasi meine Abschiedsparty, weil ich vom Hotel gefeuert worden war. Haben Sie eigentlich Anke Pfeiffer persönlich zu Ihrer Abschiedsparty eingeladen? Nein. Warum nicht? Das hat sich eben nicht so ergeben. Aha. War es nicht eher so, dass mein Mandant einfach ohne Sie irgendwie vorher zu fragen, die Frau Pfeiffer einfach so mitgebracht hat? Und dass Sie darüber extrem verärgert waren, weil Sie dem Opfer die Schuld an Ihrer Kündigung gegeben haben? Na super. Was hast du Ihnen noch alles erzählt? Es geht doch niemandem was an. Ja, ich meine, natürlich war ich nicht gerade überglücklich, als er da mit Anke ankam. Aber ich... Trotzdem. Also, ich meine, ich habe mich schnell wieder eingekriegt. Ich wollte mir von ihr nicht das Wochenende versorgen. Also, ich denke nicht, dass Sie so gelassen und relaxed waren. Herr Vorsitzender, vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal das Video von dieser Party einspielen, das Nico anders davon gedreht hat. Ja, genau. Da gibt es ja eine Videoaufzahlung, das hat einer von Ihnen gedreht. So geht der Beschluss, das Video wird in Augenschein genommen und abgespielt. Oh, da zeigt sich ja auch. Auf geht's, nächste Runde. Ah, das sieht doch nach Anke aus. Anke, weit oder pflicht? Pflicht? Alles klar. Du hast es so gewollt. Du musst Maite küssen. Ha, ha! Hey, so eine Süße. So ein Spiel, ey. Und steck dir das so an. Als wäre etwas Neues für dich. Können wir uns auch noch geben? Komm schon, Anke. Auf geht's. Danke. Oh, es hat ein Lied. Hör mal was. Was ist denn los mit dir? Hey, du bist voll die Idiot. Aber war geil. War geil. Ha! Du bist echt so scheiße. War nur ein Spiel. Mehr nicht. Also, ich weiß nicht. Ach, war es auch nur ein Spiel, als Sie Anke dann in der Scheune versucht haben, sexuell zu nötigen? Und war es wiederum nur ein Spiel, als Sie dann über das Brückengeländer gestoßen haben, bloß weil sie nicht mit Ihnen schlafen wollte? Achse, ich bitte Sie, das Video zeigt doch nur, dass mein Mandant ein sexuelles Interesse an Anke Pfeiffer hatte. Sehr ausgeprägt. Das bestreitet er übrigens auch gar nicht. Aber es zeigt nicht, dass er Sie möglicherweise irgendwie zum Sex zwingen wollte. Und es zeigt erst recht nicht, dass er Frau Pfeiffer in irgendeiner Form töten wollte. Ne, sehen wir es uns doch mal bis zum Ende an. Also, Freit oder Pflicht? Wahrheit. Na, dann kannst du es ja zu eben jetzt. Warst du das? Hast du dem Hotelgast dein Portemonnaie geklaut und hast dafür gesorgt, dass ich fliege? Ist das völlig, oder was? Natürlich, ich habe das nicht gemacht. Was warst du hier, die Pleite du bist? Dass das doch jemand auf die Nase gerückt und dass du dem nicht büsten, das Portemonnaie von deinem Gast klaust? Also, mal jetzt reicht's! Jetzt geht's doch, oder was? Schlampe! Ganz ehrlich, was machst du mit der Chef, die du glaubst? Warst du mit dem im Bett? Genau, so hast du auch deinen Ausbildungsplatz bekommen. Erzähl mir doch keine. Du gehst doch mit jedem ins Bett. Nee, wir gehen ja das gut sein. Was soll das denn? Wie das gut sein? Entschuldigung mal bitte, warum verteidigst du die blöde Kuh überhaupt? Sie will überhaupt nichts von dir. Dass du sie hier angeschleppt hast. Ey, das ist mein Abschied, meine Party. Das ist das allerletzte. Ja, dann zuerst verpick ich doch. Ganz stark von dir. Das ist super hingekriegt. Und scheiße. Überleg mal ein bisschen vorher. Nee, ist klar. Mensch, soll mal bitte mich verarschen. Lass das, du Blödmann. Also meine Tochter hat überhaupt niemanden bestohlen. Und den Ausbildungsplatz hat sie ganz normal bekommen. Die hat sich beworben wie jede andere oder jeder andere auch. Ja, alles klar. Nur hatte sie ein bisschen bessere Argumente. Jetzt kann ich aber... Das zeigt doch ganz deutlich, dass sie ein viel stärkeres Motiv hatten, Anke Pfeiffer zu töten. Okay, okay. Sie ist tot und ich gebe zu, es stört mich nicht gerade. Ich meine, immerhin hat sie mich aus dem Hotel gemobbt. Wir hatten zusammen Zimmerdienst. Ich sollte mich um die Betten kümmern und das Bad putzen, während sie staubsaugen und aufräumen sollte. Ja, und als wir dann schon fünf Zimmer weiter waren oder so, da kam der Typ aus der 302 dann angerannt mit unserem Chef im Schlepptau und meinte dann Tatsache, dass wir durchsucht werden sollten. Ich habe keine Ahnung, wie Anke das hingekriegt hat, aber irgendwann muss sie das Portemonnaie in meinen Eimer getan haben. Als ihr Chef es dann bei Ihnen gefunden hatte, da wurden Sie dann gefeuert, nicht wahr? Ja, er hat mir nicht geglaubt. Umso mehr muss es Sie doch geärgert haben, als mein Mandant dann ausgerechnet diese Frau mit auf die Hütte gebracht hatte. Ja, natürlich. Ich bin klar, ich stink sauer, dass er die linke Bazille damit hingebracht hat. Aber deswegen habe ich Anke noch nicht umgebracht. Naja.